Ich möchte gerne den Highscore knacken. Das Spiel macht sehr viel Spaß und es ist weiter zu empfehlen. Ja, warum nicht? Es ist ja immer ein Wettkampf zwischen Freunden. Das ist doch immer ganz lustig. Ich bin der Recyclingmaster, yeah! Ich bin der Recyclingmaster. Ich werde der Recyclingmaster. Es macht Spaß. Auf jeden Fall eine gute Freizeitbeschäftigung. Ich finde es ganz gut, dass man für ein Haushalt lernt, was wo in welche Mülltonne kommt. Dass man es wiederverwerten kann. Ich werde auf jeden Fall das Spiel weiterspielen und dann den Highscore knacken. Bis zum nächsten Mal.